Welches Geheimnis steckt hinter den merkwürdigen Formen der Sternbilder? Kaum jemand kann sie am Himmel wiederfinden und das hat einen Grund, auf der Suche nach dem Sinn stoßen wir auf die Sumerer. Sie sind es, die die Sternbilder erfanden. Sie schreiben in ihren 4000 Jahre alten Keilschrifttexten, dass die Sternbilder die Wege des Ozeans sind. Ein Frankfurter Geograf hat die wahre Bedeutung jetzt entschlüsselt. Tatsächlich hat er in einer computerbasierten Accuracy Study herausgefunden, dass die Sternbilder so aussehen, wie mögliche Kurse durch die Ozeane. Dabei sehen nicht nur vereinzelte Sternbilder aus wie einzelne Strömungssysteme, sondern es ist sogar wie ein Puzzle. Bilder im Süden bilden Formen ab, die wie Kurse in südlichen Regionen aussehen, Bilder im Norden ähneln Nordkursen. Auch westlich und östlich benachbarte Konstellationen passen genauso zusammen, wie ihre Entsprechungen auf der Erde.